Herzlich willkommen bei den Energiespar-Lifehacks der Salzburg AG. Heute sehen wir uns an, wo wir im Wohnzimmer Energie sparen können. Ein Fernseher darf in keinem Wohnzimmer fehlen. Wichtig dabei ist, den Fernseher immer komplett vom Netz zu trennen, wenn man ihn nicht benötigt. Beim Neukauf sollte man darauf achten, dass man ein gutes Energielabel kauft. A plus ist dabei das Beste. Wichtig ist, umso größer der Fernseher, desto größer der Stromverbrauch. Hilfreich beim Energiesparen ist auch ein Standby-Killer. Der hilft, den Fernseher komplett vom Netz zu trennen. Und weil wir gerade beim Energiesparen sind, schalten Sie über Nacht Geräte wie den WLAN-Router, Spielkonsolen und Musik-Stereoanlagen einfach aus.